So, es geht weiter hier. What the hell? Die Dunkelheit entstammt deinen eigenen dunklen Erinnerungen. Glaubst du, du kannst deine Vergangenheit auslöschen? Eistill! Du gestehest dir ein. Du wendest dich von der Gegenwart ab und lebst in der Vergangenheit. Denn das Licht der Gegenwart blendet dich. Weißt nichts über mich! Cloud! Doch, alles. Denn ich, ich bin du. Cloud, warte! Ouch! Boah, jetzt wird das Spiel erst richtig interessant, wenn die beliebtesten Final Fantasy Charas hier auftauchen. Hammergeil. Das finde ich jetzt auch cool. Ähm, ja. Bevor ich da runtergehe, da hinten gab's noch was. Außer Gegner! Außer hässlichen Gegnern! So, number one. Okay, lass den erst gar nicht angreifen. Das kann ich nicht gebrauchen. Da hinten gab's noch was und das möchte ich gerne haben. Oh, no's. Oh, verpiss dich doch, Alter. Mein Gott. Der fliegt immer so schön. Das ist das Gute an dem Fetten da. Und zwar hier können wir noch rein. Beziehungsweise hoch. Hier gibt's noch eine Kiste. Oder zwei. Abiliter Min. What the hell? Ich würde gerne mal sein Situationskommando ausprobieren hier. Oh nein, die kreisel dich. Drehattacke. I hate it so much. Dreh dich, Kreisel. Dreh dich geschwind. Ah, jetzt hätte ich's machen können. Scheiße. Bam. So, so viel dazu. Hier ist noch eine Kiste. Die hätte ich gerne. Mondformel. Danke. So, jetzt können wir weitergehen. Jetzt können wir weitergehen. Also wie gesagt, jetzt kommen wirklich coole Stellen im Spiel. Jetzt wird's auch richtig interessant. Was man ja nicht zuletzt gesehen hat an den ganzen coolen Final Fantasy Karas. Jetzt wird es richtig interessant hier. Da, 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 da. Los jetzt, ihr müsst Rico und Kairi finden. Aber Leon und die anderen sind auch Freunde. Keine Sorge, hier mangelt es nicht an Helfern. Diesen Kampf könnt ihr uns überlassen. Aber, ich hab's Leon versprochen. Donald, Goofy, nehmt Zora mit und geht jetzt. Rico, Kairi, wartet noch eine Weile, ja? Nur bei uns geht. Zu Befehl. Wir gehen Rico und Kairi suchen. Recht so. Hütet euch vor Gefahren. Seid auch eher bitte vorsichtig. Moment mal, ihr beiden. Du hast mit dir gesagt. Du kommst mit uns mit, ob's dir gefällt oder nicht. Da, Jusora, wir brechen jetzt auf. Alles klar. Na dann, auf geht's. Und ab dafür. Na. Entschuldigt, Eure Majestät. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Hehehe, verarscht. Hehehe. Verarscht. So viel Cutscenes. Oh nein. Oh nein, nicht das. Den kennen wir doch noch. Ha, ihr seht mir recht fidel aus. Verschwinde. Hatten wir nicht in der Unterwelt bereits das Vergnügen? Wie kommt ein Feigling wie du in die Organisation 13? Ich wette, du kannst nicht mal kämpfen. Wir reiern uns sehr wohl. Lasst euch besser nicht vom Schein täuschen. Ich hab ihm doch gesagt, dass sie den Falschen schicken. Der hat sie doch nicht mehr alle. Vergiss nicht, dass die Organisation aus lauter niemanden besteht. Stimmt. Keine Herzen. Och, jetzt sag doch nicht sowas. Das ist gemein. Gut, jetzt tue ich rein. Schweig, Verräter. Jetzt auf einmal wieder so cool. Oh yeah, let's rock, baby. Okay, dieser Kampf kann sehr kompliziert werden. Die Säge 50 Lakaien innerhalb von 40 Sekunden. Okay, jetzt können wir ihn selber angreifen. Ja, darauf sollten wir acht nehmen hier. Mein Gut. Bam, 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 bam. Okay. Und wieder aufpassen. Ach, fuck. Die Wand an, ey. Ach, fuck. Was zur Hölle? Oh, weil ich einen Lakai vergessen hab von diesen Hurensöhnen, ey. Ach, verdammt. Ja, das ist wirklich eine Stelle, die hasse ich, ey. Oh, ich hasse diesen Typen, ey. Verdammt. Oh ja, super, ey. Oh, ich glaub, es war genug Kingdom Hearts für heute. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich hab keine Konzentration mehr. Oh, fick deine Mutter, alter. Ich hasse diese Viecher. Dass ich mich jetzt noch mit dem Bastard hier rumschlagen muss, ey. Oh, Mann. Oh, diesen Kampf hasse ich wie die Peste gegen den Penner, ey. Das hasse ich wie die Pest. Oh, verdammt. Verdammt. Ja, es geht wieder von vorne los. Oh, ich weiß mich jetzt auchIS. Behind's halt jetzt sind wir einmal essen säumen? Alles ist. Oh nein. Oh, mein Guess. Oh, mein Guess. Oh, mein Gott. Mein Gott Ich hasse diesen Gegner, ey Ich hasse es so sehr, gegen ihn zu kämpfen Man kann zwar alle Alle Mitglieder der Organisation 13 Ohne Schaden besiegen Ja, allerdings Ich bin nicht so ein Kingdom Hearts Freak Gamer Der wohl das kann Bin ich ganz ehrlich Jetzt nochmal Schon wieder nicht